Heute geht es um das abgeschlossene Bewerbungsverfahren für Mein Revolution. Wir sitzen in diesem Auto mit drin und er wird für acht Monate eben zum Verleih gehen und er geht an den Nikolai. So, der Nikolai ist der Gewinner. Ich hatte einiges an Bewerbern, aber ich glaube das Konzept von Freeway Camper, es steht sogar groß auf dem T-Shirt mit drauf, auf dem Sweatshirt mit drauf, ist das Beste. Warum? Erzähl. Ja, Klaus, erstmal freue ich mich, dass du mich ausgewählt hast aus deinen Bewerbern. Es freut mich sehr, dass dich das Konzept überzeugt hat. Bei mir geht es nicht nur um die Vermietung von Camperfahrzeugen, sondern wirklich in der Idee, in der Vision, den ganzen Markt im Campingbereich zu digitalisieren. Das heißt, da sind in Summe vier Säulen vorhanden, zwei Kernsäulen. Eine ist die Vermietung von Campingfahrzeugen, dann die Buchungsmöglichkeiten von Campingplätzen. Darüber hinaus kann man dann diese zwei Bereiche schön in einem Reisebereich kombinieren, dass man auch komplette Campingreisen künftig buchen kann. Und darüber hinaus gibt es viele Ideen, was man noch in der Digitalisierung machen kann. Und unter dem Stichwort Revolution auf dem Markt passt ja dein Fahrzeug ja noch optimal dazu, als Road Cruiser Revolution, der da eine große Rolle mit drin spielen wird. Man merkt schon, wir sind auf einer Wellenlänge, wir sind beide zum Thema Digitalisierung unterwegs. Und das am Anfang dachte ich, ist eine spinnerte Idee, aber ich zeige mal diesen Kuli, Flixbus. Flixbus ist die Erfahrung, die du persönlich mitbringst und da hast du schon einiges auf die Beine gestellt. Genau, also da war ich tatsächlich sechseinhalb Jahre, fast von Anfang an dabei. Und im Endeffekt vor sechs, sieben, acht Jahren war die Busbranche sehr, sehr ähnlich wie die Campingbranche. Noch sehr traditionell, noch, sagen wir mal, verschlafen würde ich nicht sagen, aber einfach noch sehr analog unterwegs. Und deshalb sehe ich da wirklich eine sehr, sehr große Möglichkeit, auch diese Ideen, die wir damals bei Flixbus hatten, auch hier mit einzubringen. Natürlich optimiert auch den Campingbereich, aber die Digitalisierung, die wird auch hier Einzug halten. Okay, jetzt interessiert mich natürlich die eine Säule, zwar die der Vermietung. Und das in Kombination mit dem Probewohnen, wo wir eben öfter nach gefragt werden, sich so ein Auto mal auszuleihen. Für eine Nacht, für zwei, für drei Nächte ist was, das möchte ich gerne mit euch gemeinsam eben vorantreiben. Zum einen, welche Fahrzeuge habt ihr und welche Art von Konditionen können wir denn für so eine Art von Kurzzeitmiete machen? Ja, genau. Also über freewaycamper.com sollte eigentlich fast jeder fündig werden. Ich habe Fahrzeuge, natürlich Pössl-Fahrzeuge, erzähle ich gleich nochmal mehr dazu. Geht aber los mit einem Mini mit Dachzelt für einfach einen schönen Kurztrip. Geht dann weiter mit VW California, kennt man ja relativ klassisch zum Campen, dann eben verschiedenste Variationen von Pössl. Geht los mit einem 5,40 Meter Fahrzeug. Geht dann weiter in die Roadcruiser-Variante, wo es eben dann Revolution gibt. Dann den üblichen Roadcruiser, aber auch eine XL-Ausstattung oder mit Aufstelldach. Von dem her gibt es da sehr, sehr viele Variationen. Und für den sehr anspruchsvollen Kunden gibt es auch einen vollintegrierten. Also von dem her für alle was dabei. Und auch das Buchen geht sehr einfach. Du gehst auf die Seite, bist in wenigen Schritten fertig und da geht die Miete ab drei Tagen los. Das heißt, selbst in der Hauptsaison könnt ihr da einen kurzen, spontanen Trip machen. Und ich habe ein kleines Zuckerl oder Schmankerl auch für die Pössl-Online-Kunden mit dabei. Hier könnt ihr wirklich das Probewohnen sehr einfach gestalten. Klaus wird euch da den Kontakt vermitteln. Dann könnt ihr ab 99 Euro für drei Tage das Probewohnen machen. Das heißt, wenn ihr Montag bis Donnerstag einen Camper mietet, dann kostet das für die ersten zehn Kunden 99 Euro. Und fürs lange Wochenende Donnerstag bis Montag 199 Euro. Da kann man das wirklich mal sehr intensiv kennenlernen, das Fahrzeug. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr attraktives Angebot. Okay. Bei anderen Mietern, bei anderen Fährmietern ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag schon vier Tage. Bei dir sind es noch drei. Also ich denke mal, attraktiv ist das Ganze schon für 99 Euro damit starten zu können für eben dieses Auto. Kleinere Fahrzeuge habt ihr dementsprechend auch im Programm. Andere Dinge gehen auch. Und für die Langzeitmiete, denke ich mal, werden die auch kurzfristig oder werden die auch preisgünstiger sein. Genau. Also das gibt es auf jeden Fall. Und wir haben auch, es gibt sehr, sehr viele Kunden, die zum Beispiel die Elternzeit in so einem Camper verbringen wollen. Für die haben wir dann sogar sehr individuelle und sehr, sehr attraktive Angebote. Ich habe das selber mal gemacht. Das ist eine tolle Erfahrung und die wollen wir den Leuten, die das machen wollen, auch ermöglichen. Okay, also für mich klingt das wie ein gutes Konzept. Ich bin mir sicher und wir werden da optimal zusammenarbeiten. Und ich wünsche dir für die acht Monate, so lange willst du dieses Auto besitzen, alles Gute, dass das Ganze läuft. Und selbstverständlich will ich ihn gut wiederkriegen. Und bitte, wenn ihr das Auto leidt, bitte behandelt ihn pfleglich. Also vielen Dank. Vielen Dank auch hier und ich freue mich auf euch.